hallo und herzlich willkommen zu einer runde ward of warcraft in drachmahl festung des drachmahls genau ja mal wieder hier ich habe gerade ein bisschen haustier arena gemacht habe mir drei neue haustiere gefangen einmal wo stehen die denn wo stehen die das eine waren 22 ich finde gar nicht hatte wenn ich die einfangen werde doch kleinheit 22 nicht wahr nein das war da auch nicht hatte nach denen habe ich einmal gefangen dann irgendeine hatte war das wo ist denn die hier ist die diese hat habe ich noch gefangen und dann noch mal so einen ähnlichen wie den einen den ich gerade gezeigt hatte noch mal so einen ähnlichen hier ach hier ist er grün schön oder kein hexer hier schau mal müssen wir auf der seite backen ne kein hexer aber viel geger uhu das wird witzig und ich germin weil ich jetzt auch dabei kann mich ganz schwer daran erinnern dass sie auch da war hallo kommt keiner hin um und und die die ich bin dass die Lagen träger Wenn ich in Reise gestalten bin ich noch klar. Aber ich bin nicht viel schneller. Dann bleibe ich in kurzem gestalt. Oh, da kommen alle. Da kommen alle. Ich bin tot. Ich bin tot. Eins nimmt für die Allianz. Ne, noch nicht. Ich bin rübergekommen. Baffer kann ja auch uns mit. Ach, eins nimmt für die Allianz. Hier. Schau mal an. Gut. Mal ein bisschen schneller, ja. Zack, zack. Rente durch, ja müde. Schau mal an. Schau mal an. Schau mal an. Bröse Eiler. Schau mal an. Eieieiei. Und jetzt steht 2.0. Die kenne ich doch auch. Ne. Das war ein D.K. letztens gewesen. Aber ich bin mir sicher, dass ich diese Jayme gesehen habe. Gestern. the Nope. Na gut. Aber ich glaube ich habe einen Kill. da habe ich doch nicht gekriegt das war doch voll der andere der steht hier nur auf auch so dort haben wir verloren das haben wir richtig schnelle Runde so ich hoffe euch hat die Runde gefallen ich stehe hier in den Ali drin nicht mehr so ich hoffe euch hat die Runde gefallen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen tschüss